Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es zuerst mal. Heute gibt es ein neues angespielt beim Balloon's Tower Defense 6. Wie sagen wir legen wir los? Gleich, zwei, eins. Bis gleich. Welche Web wählen wir? Nein, die wählen wir nicht. Ich will eine coole Map wählen. Wo sind die? Das wären die coole Maps, die sie interessieren würden. Warte mal. Nehmen wir Parkweg. Machen wir Mittel, würde ich sagen. Standard? Hm. So, so es passt. Let's go. So. Die ersten werden harmlos sein und nicht immer schwiegen. Ich hoffe, dass ich das mitgegeben brauche. Blunt's Tower Defense 5. Das ist wieder. Wer ist noch locker, dann kommen wir weg. Wer ist noch locker, dann kommen wir weg. So. Doppelte verteidung, passt nochmal. Hm. Wegen geplatzen. Nicht belohnt, erhältst du einen außer dem... Ja. Ups. Warte mal. Langschwecken. Ich will die Trauben haben. Trauben sind nicht cool. Warte mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Naja. Es ist so für gute Band. Beide, was nicht gegeben wird. Räume, tatsächlich, okay. Cool. So. die trauben will ich warum wir schauen Das ist so. So. Ähm, ich höre. Du hast auch so. Erst auf den. Hm. Ah, weiter mehr. wenn es den schwein kippen da das die 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 so sagen wir wieder nichts und dann ich finde die Tarnballons dann weil die sind immer wichtig wenn die Wegdregen dann machen wir mal so jetzt scrollen als nächstes Das kommt besser. Das ist doch easy eigentlich dabei. Das ist echt easy. Komm, ich will die Knochen an. So. Affenpirat. Das Garten. So. 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 so so bergets push das ist ich werde es nicht mehr die 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 šups die 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 wir können für flamme hat spiels account deswegen bei jäger pc besuch bin Ich wirf das hin, dann will ich das hin wieder, wie das ausschaut, oder was? Das störe ich denn. Paul, brauch ich das hin. 2950 brauch ich. So. Das ist ein Flaggschiff. Das wird noch schnell zurück. So ist das ein Flaggschiff. Der ist noch ein Flaggschiff. So ist das ein Flaggschiff. Ich bin nicht. Das ist ein Flaggschiff. Das ist ein Flaggschiff. Was ist das? dazu so let's go Jetzt fahren wir die Produktion rein So, wenn der rein kommt Wir kommen mit 3.000 Und dann kommen wir mit hier. Wir schauen mal. Noch 20, 20 guten Arme noch. Und dann passt das. Zipper. Ich möchte das hier auf das Leiden. So. So. Hau weiter fern. Ich weiß nicht mehr. Treiben da an die Taschen. Das ist gut. Auf das Leiden. So. Naja noch mal. Schnell nicht. Schnell nicht. Das ist die richtige Snau. Das ist die neue Angelegenheit. Wir können es weiter machen. So. Ich geh jetzt auf den Fügel noch, da hin. So. Ich würde lieber kommen. Ah, das ist ein bisschen ja. Das ist ein Monsterteil. Gibt es da noch ein paar Sachen? So. 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 Du hast viel Geld. Das ist ein bisschen zu machen. So. Aber es ist ein Wunderbarer, ich kann auch die Gäste fahren. Die Gäste. Was ist die Gäste eigentlich? So. das ist ja noch noch hin wachposten so lassen wir das voll mit offen dadurch kommt so Oh Oh Ja so Alter, keiner, oder wie? Selber das auch noch. was gibt es noch so 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 die Oh, das ist gut. oh und sieg leute hauptsache 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 das war mit der folger mit dem eingespielt zog das chuck leute und